Herzlich Willkommen zu unserem Server. Wir spielen heute Spliff und werden euch zeigen wie es geht. Ich bin Selly71515 und das hier ist... Nawa, genau. Also zum ins Spiel kommen macht ihr SPL Join. Nawa, komm ins Spiel. Hier ist er. Zum Starten macht ihr SPL Start. Das könnt alle machen. Auch die nicht open sind. Dann fängt es hier so an. Hier haben wir sozusagen Filme. Ja, das darfst du nicht. Und so Zeug. Wollen wir ihn weg? Hallo, du Kleiner. Hallo, ich hab dich nicht besiegt. Oh, fiesnett. Ich hab dich nicht überschlagen. Fiesi. Komm da runter, du. Also hier ist mein Kollege ein Cheater. Mein Kollege, du bist ein Cheater! Angriff! Oh, seid besser. Nein. Du hast gecheatet. Machen wir noch ne Runde. Noch ne Runde. Spleiff Join. Du auch, Nawa-Line. Spleiff Join. Komm schon. Hast du etwa Angst? Nawa hat Angst. Oh nein, nein. Hier. Machen wir. Funktioniert nicht in der Spleiff Arena. Loser. Loser. Ja. Ja, wie seht... Wannabe Famous? Und wie seht, ist mein Kollege ein Justin Bieber fest. Fuck you. Wann geht Justin Bieber? Nur wenn du auf die JB stehst, muss ich nicht sagen. Wieso bist du außerhalb des Spielfelds? Cheater. Du benötest du安 lösst! Du Athleten vallahi dwarts. Ich bin Joey... Du finestest ¿ któreаты tcodat? Das p credesendu, dieุ city ist. oooch... Ich bin motivo! Scheine lettuce ovat geht. Seni... ... dlaai 나는 da ini mich ready hank?" Mi bin sa方 Não. rein. Zum Split verlassen müsst ihr dann einfach Split Back eingeben. Vermacht. Und dann seid ihr wieder hier, wo ihr gestartet seid. Ja, das war's von uns, von der Split Arena. Oder Nowell? Ja, das war's. Und mein Kollege ist ein Cheater. Du bist ein Cheater. Nein, ich bin leider nicht. Würdest du ja ein Cheater sein, ich bin ein Cheater. Oder bist ein Cheater. Ja, das war's von uns. Bitte abonniert uns auf Sandy 27 15 15. Wir haben YouTube und Facebook. Tut das nicht. Erkotzt. Auf Wiedersehen. Euer Sandy 27 15 15.